Wir melden uns hier aus dem Requisitenlager für das aktuelle Sportstudio. Und wenn ich die Taktiktafel reinschiebe, wissen Sie natürlich, worum es geht, um die Fußball-Bundesliga. Der Titelkampf war zuletzt vor 20 Jahren so spannend wie in dieser Saison. Drei Mannschaften, Punkt gleich vorne, Bayern vor Dortmund und Schalke. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wer denn am Ende dieses Spieltags die Nummer 1 ist. Vielleicht, wo ist er? Er hier? Toni Kroos mit dem FC Bayern München. Er ist auf jeden Fall unser Studiogast. Wir freuen uns auf ihn und werden mit ihm zum Beispiel darüber sprechen, wo denn seine Lieblingsposition ist. Man kennt ihn im offensiven Mittelfeld, aber auch auf der 6. Oder ist es so, wie der Bundestrainer sagt, Toni Kroos, das ist einer für einen Zwischenspieler. Also Zwischenspieler zwischen 10 und 6. Er kann auf jeden Fall sehr, sehr viele Positionen spielen. Wir reden mit ihm darüber. Im aktuellen Sportstudio, Samstag, 23 Uhr im ZDF. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten.